Hallo Kinder! Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir stellen euch die süßen Panda-Bären vor. Panda-Bären sind große, ruhige Tiere, die in den Bergen Chinas heimisch sind. Sie haben weißes Fell mit schwarzen Flecken und sind bekannt für ihre Vorliebe für Bambus. In dieser Folge werdet ihr erfahren, wie Panda-Bären leben, was sie essen und wie sie sich in freier Wildbahn verhalten. Wir zeigen euch auch, wie man Panda-Bären schützen kann und warum sie gefährdet sind. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam die wunderbare Welt der Panda-Bären entdecken. Panda-Bären leben in den Bergen in China und sie mögen es, in Bambuswäldern zu sein. Sie sind an kalte Temperaturen gewöhnt und verbringen viel Zeit damit, in Bäumen herumzuklettern und sich auszuruhen. Panda-Bären sind Einzelgänger und treffen sich nur während der Paarungszeit, um Nachwuchs zu zeugen. Sie sind sehr selten und gefährdet, da es nur noch wenige Panda-Bären in freier Wildbahn gibt. Deshalb gibt es viele Schutzprogramme, um ihnen zu helfen. Nun werfen wir einen genaueren Blick auf die Ernährung der Panda-Bären. Sie ernähren sich hauptsächlich von Bambus und können pro Tag bis zu 12 Kilogramm davon verputzen. Sie sind sehr faul und verbringen den größten Teil des Tages damit, zu schlafen und sich auszuruhen. Bambus ist jedoch nicht sehr nahrhaft und Panda-Bären müssen deshalb sehr viel davon essen, um genügend Energie zu bekommen. Sie sind auch gelegentlich auf andere Nahrungsquellen wie Früchte und kleine Tiere angewiesen. Es gibt übrigens zwei Arten von Panda-Bären, den Riesenpanda und den roten Panda. Der rote Panda ist kleiner als der Riesenpanda und wird etwa 50 bis 64 Zentimeter lang und wiegt zwischen 2,5 und 4 Kilogramm. Er hat rotes Fell mit dunklen Flecken und lebt in den Bergen Südasiens. Der rote Panda ernährt sich genau wie der Riesenpanda hauptsächlich von Bambus, Früchten und kleinen Tieren. Er ist ebenfalls gefährdet, aber weniger als der Riesenpanda. Panda-Bären sind sehr selten und gefährdet, das bedeutet, dass es nicht sehr viele von ihnen Bambus gibt und sie in Gefahr sind, auszusterben. Es gibt viele Gründe, warum Panda-Bären gefährdet sind. Ein Grund ist, dass sie nur in bestimmten Gebieten in den Bergen Chinas leben und ihre Lebensräume immer kleiner werden. Das heißt, dass sie immer weniger Platz haben und kaum noch Nahrung finden. Ein anderer Grund ist, dass Panda-Bären sehr wählerisch sind, was ihre Nahrung betrifft. Sie ernähren sich hauptsächlich von Bambus und es gibt nicht mehr viele Bambuswälder. Um Panda-Bären zu schützen, gibt es viele Schutzprogramme. Eines dieser Programme sind Panda-Bären-Schutzgebiete. Dort werden Panda-Bären gezüchtet und wieder in die freie Wildbahn entlassen, um ihre Anzahl zu erhöhen. Außerdem gibt es Zoos und andere Einrichtungen, in denen Panda-Bären in sicherer Umgebung leben können. Es ist wichtig, dass wir alle dazu beitragen, Panda-Bären zu schützen, damit sie auch in Zukunft noch auf der Erde leben können. Hoffentlich habt ihr viel über Panda-Bären gelernt und könnt nun besser verstehen, warum sie geschützt werden müssen. Wir hoffen, dass ihr uns auch in den nächsten Folgen wieder begleitet und weitere interessante Tiere mit uns entdeckt.